Wir machen es ein bisschen spannender. Wir wussten eines schon, dass wir in drei, vier oder fünf Jahren was Neues machen. Denn eines steht fest, wir werden zwischen dem 30.06. und 30.07. hier ausziehen. Wir bleiben jetzt nur so aus, das ist schon mal super. Es wird aber alles neu gebaut und ein Vielfaches größer als hier. Wir haben derzeit eine Drehungsfläche unten von 100 Quadratmeter. Wir haben hier 318. Es werden komplett gebaut, die Duschen, die Umkleiden, der gesamte Sauna-Trakt. Wir haben im Cardio-Bereich hier einen großen, eingeladenen Länge, einer traumhaften Rezeption, große Flächen, einen wunderschönen, riesengroßen, freien Trainingsraum. Spitzenparkplatz haben wir vom Haus. Dann werden wir ein erweitertes Kursangebot haben. Functional Training oder Slim Training und dergleichen. Und nach Themen ist dann der Club komplett aufgebaut. Wir werden mehr ins digitalisierte Inhalt gehen. Alles muss optimiert werden und auch wir werden uns intern optimieren. Wir haben auch nichts erfahren bis zum Schluss. Und Sie haben, glaube ich, die optimale Lösung gefunden. Und Sie haben, glaube ich, die optimale Lösung gefunden.